Servus für einen neuen Tafundi-Tutail-Video, wir sind gerade noch beim Einstler, da haben wir mal geguckt nach der Mission und würde mal die Vorrede ausputzeln. Das denke macht mir auch Spaß. Auf der anderen Seite habe ich keine Ahnung, ich habe Bock auf Putzeln. Und ich habe rausgefunden, die mir damit Minderwerten machen. Und ich habe einen Erdbohrer müssen dabei haben. Ich will nicht einmal großen Steinen schaukeln, aber einmal müssen mir das hin. Ich habe Angst, den Plan in Marius für Schleimburges abzubauen, obwohl wir noch nichts für die drei Jahre richtig geöffnet sind. So, wir werfen nicht abzahlen, weil die Rüstung jetzt noch. Scheiße. Ja. 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 Mal. 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 Ich habe einen Bohrer dabei und habe jetzt auch noch Benzin. Meine Motorrägle hast du gleich als Einschutz und Benzin. Juhu Motorrägle als Einschutz und Benzin. Der lag gerade im Ausblick. So. Wie übel ist. Wir haben hier einen Rand an uns. Nein, ich habe es nicht mehr. Oh shitedschecks! Die Expedition von знаю. Also, schlafligen meine Meyer. Ich bin gut, ich bin gut, ich bin gut, ich bin gut. Mein Geil Ende war es auch so manche Sachen zu verschenken. Mein Geil Ende war es auch so manche Sachen zu verschenken. Mein Geil Ende war es so manche Sachen zu verschenken. Mein Geil Ende war es so manche Sachen zu verschenken. Mein Geil Ende war es so manche Sachen zu verschenken. Mein Geil Ende war es so manche Sachen zu verschenken. Mein Geil Ende war es so manche Sachen zu verschenken. Mein Geil Ende war es so ein... So manche Sachen zu verschenken. Soitting zu verschenken. Ich mach ja mal einen Schnitt in Holzreihen, wenn ich vor Ort bin. Oder was will ich vergessen reinzuholen? Sorry. Ich bin mal bis März überhaupt. Aber ich mach doch einfach alles. Ich hab einen Holzpraktiker. Nicht, dass wir bei uns in die Wache reinfahren. Das muss auch noch sein. Ich kenn mich, ich hab immer wieder in der Lenz. Naja, sie sind schon gestorben. Aber wir haben das Geld vorher bekommen. Das ist alles im grünen Bereich. Dann können sie auch die Einbuße verkraften. Aber ja, weg. Und wenn ich mir auch leichte Einbußen gehabt. Und du bist? 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 Du willst jetzt etwas zurück. Ach ja. Ich glaube, dass wir uns das lieben sind. Okay. Okay. Unsere sind gleich besser. Und ich würde sagen, wir bauen uns immer steigen. auf. Das wäre besser. Dann mein Tier. So. Zeigen wir mal, wie du sie kriegst. Ich weiß auch noch gar nicht. Naja. Ich weiß auch noch gar nicht. Wenn wir die Einster, der ist schon. Naja. Dann werden sogar die Zweier sein. Die Zweier fertig haben. Dann können wir drüber nachdenken. Ob wir dann ehren. Beinahe, was wir da bekommen. Wenn wir uns dann die Schweren Rüstung kennen. Und erstmal müssen wir immer Rüstung kriegen. Und der ist ja echt heftig. Das wäre wirklich sagen. Das ist. Und langsam. Jetzt machen wir zu Hause. Ohne Feuer. Dass wir dann gucken, dass wir so schnell wie möglich die Schöne Rüstungen spielen, nachdem ich immer alles abgearbeitet habe. Der letzte Vorschlag, ich guck mal, dass ich noch ein bisschen das baue an der Basis. Dass wir zumindest für die nächste heute Nacht geöffnet sind. Und ja, weil einer von euch hat meine Batteriebank mit dem, wenn man die Kupik mit dem Kompressor, weil ich nicht nur die Kupik mit dem Kupik mit dem Kupik mit dem Kupik. muss da irgendwas rum in die Dings reinklicken, wenn ich die verdrehe. Wenn einer das weiß, schreibst du, ob er in die Kommis gekommen ist. Oh... Ich habe das Meldungen auf meine Wände und in der Glocke, Ich weiß, wie wir das machen, bitte, ich zeig euch das, mir muss es am Ende gefallen, aber ich möchte euch das trotzdem zeigen. Das ist ein Prinzip, ja unser Baby, dieser Spielstand und das heißt, da ist es auch mit euch, diesen kleinen Bau zu haben. So. Cool. So. 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 Jetzt reißen wir erstmal das ab, was ich gebaut habe. Und dann, ach genau, der Kleist habe noch vergessen. So. Das war dann ein, ein, das muss man sagen, Mensch, Scheißarbeit. So, wenn man da leichter tut, mehr Formen, dass es einhängende Formen gibt. So. 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 und der geht dann so um die Ecke oder wir machen so. Dass wir dann so zusammenleben bei den Marken, ich wollte das eigentlich sehr, sehr lustig halten. Aber wir probieren es einfach mal. Minutes habe ich nur beim Metz verschossen. Und wir können nur das Glas nutzen für Fenstlerscheiben. Nein, wie ist das da? Geschäftsscheiben. Ihr wisst doch, was ich meine. Und wir müssen jetzt Angst. Wir können jetzt die Eckteile mit Ballverglas machen. Und oben halt diese Kuppel aufs Haltscheiben zusammen. So. Ich glaube, siehle passt. Wir erwähnen die beiden von der Ohra. Das war der Mais. Das war Mais. Das war Mais. Das war Mais. Dann muss ich doch kurz mal nochmal. Ich glaube, das ist bei mir ein Kling. Genagt aber. So. So. Das war so ein Ferry. Und jetzt beginnt der Spaß der Gedei. Jetzt muss ich gucken, wo diese Kuppel ist. Das ist ein Ferry mit. Oh. Neue Banda Ich glaube das ist es von Ecke. 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 Ich glaube das ist 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 von Ecke. Und ich glaube es ist von Ecke. so